Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Ryzen Forbidden West, wo wir das letzte Mal aufgehört haben und zu Stemmoor gehen wollten und ihnen sein Ding bringen wollten. So, oben ist der. Das heißt, wir gehen hier die Leiter hoch und gehen hier zur Stemmoor. Der alte Wortschmied hielt mit glänzenden Augen und dankbarem Herzen den Gegenstand empor, der ihm entgangen war. Es ist Teil eines Satzes und heißt Ornament. Stöberer haben neulich eine Ruine nördlich von hier abgeklopft. Sie erwähnten ein Schmuckstück wie das hier, außer Reichweite. War vielleicht ein weiteres dieser Ornamente? Das sollte ich mir ansehen. So vertiefte sich das Geheimnis des Ornaments. Zu welchem Zweck waren die Schmuckstücke gefertigt? Für eine Nacht der Lichter Feiertagsaktion. Die Alten feierten so wohl Feiertage, denke ich. Wie Feste? In der Art. Feiertage standen wohl für saisonale Ereignisse. So wie bei jedem Fest im Anrecht? Das Fest des ersten Fasses? Das Fest der Fermentation? Das nur Hopfenfest? Alles dreht sich um Bier, was? Das sollte mich nicht überraschen. Anscheinend konnten die Ornamente hier die Lichter über Tage ändern. Aber ich weiß nicht wie. Hm. Ich erkenne diese Markierung. Sie war auf einem Gerät, das wir ausgruben. Hier. Könnt ihr vielleicht die Lichter anschalten? Finden wir's raus. Das hier ist jetzt dran. Ich kümmer mich drum. So sicher der Funke die Flamme entfacht. Das war wohl ein Winterfest. Aber was für ein Tier ist das? Sieht fast aus wie ein Reishorn. Sag mir, falls du noch andere Ornamente findest. Ich frag mich, was für Feiertage die alten Fass haben. Aber diese Gebäude sind nur die Spitze. Das war Weihnachten. Mit Rentieren. Nice. Äh, so. Wir haben jetzt Reliktruinen. Akkunde die Ruinsammelornament. Okay. Ich kann... Was haben wir denn noch fürnägen? Kinalsuche. Der Kater ist hier unten. Äh, da benutzen wir das Lagerfeuer. Und reisen dahin. So. Da unten dann. Aber... Hier, stell mal schnell was her. Wir kaum mehr was haben. Die Reisepakete sind ein wenig leer geworden. Ja, damit... Dankeschön. Danke, danke. Ja. Alles mal looten, was man gebrauchen könnte. Immer. Dankeschön. Hm. Fluchtrand. War ich hier nicht schon mal? Also hier haben wir noch keinen Speichelpunkt gesetzt gehabt, letztes Mal. Aber es kommt mir ziemlich bekannt vor, dass wir hier schon mal waren. Oh, die laufen einfach mal durch. Guten Tag, Streiterin. Guten Tag. Wir können mal den Pfeffer weg haben. Sehr schön. So, wir haben hier einen unbekannten Unschlupf. Da können wir mal schnell gucken gehen. Kann man nämlich da oben direkt dann wieder... ...und einsetzen. Was? Warte mal. Wird's ein Zeitvergehen? Was passiert dann? Ah, da kannst du ja rasten. Okay. Meine Truhe. Okay, okay. Also hier nur ein Unterschlupf für mich dann. Da. Zack, zack. Zack, zack. Da ist der Rebellenaußenposten. Ja, weiß nicht. Soll man den clearn? Ja, weiß nicht. Soll man den clearn? Was war da irgendwie easy hoch? Aha. So. Okay. Hier ist doch niemand. Hey, hier ist niemand. Aua. Hier ist doch niemand. Warte euch. Und schießt mich. Nicht auf mich. Du und du. Geh vom Hüttchen. Oh, oh, oh. Hier kommt ein bisschen. Genau da. Das ist doch eine Rebellenanführung. Uiuiui. Entspann dich mal, Dino. Das ist es, Dino. Jöp, das ist es, Dino. Hallo, jetzt. Mach doch mal. Oh, 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 oh. Aua. Oh mein Gott, ich fall runter. Tschüss. Jit. Oh, da war Wasser. Das hat mir jetzt mal nachschwert, dass da Wasser war. Das war gut. Ich mach ja den Speer draußen. Nein. Ich bin ein Fleisch. Was haben wir hier noch? Nein. La, 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 la. Ah. Oh. Oh, okay. Leute, du musst ja auch sagen, suchst du mich, ne? Du musst das wieder Aufmerksamkeit machen, ne? Nö, da hat ein Hammer. Oh, wegge den Hammer. Tschüss, ich bin raus. Hi. Drausen. Oh, fuck, da kommt der in den Hammer. Okay, da kommt er halt nicht hoch. Ich nehme mal nur das hier. Ich starb der Jacht, wir brauchen mehr Patrouille. Alles klar. Ausrasten. Voll am Ausrasten, der Dude. Sie ist da drüben. Jetzt mach doch mal still. Auah. Scheiße. Ich will seinen Kopf treffen, aber er bräuchte sich immer runter und will den scheiß Stein hochheben. Scheiße. Gott, ihr geht mir auf die Ketten. Das ist für die Rebellion. Jetzt stellt er sich da vor. Oh mein Gott. Wo kommt denn der andere Schuss da und so? Ach, da oben. Ach, als ob. Das war doch ein Kopfschuss. Der geht mir auf die Ketten, ne? Ah. Einstein geflogen. Ich brauche mehr Munition. Ich brauche keine Pfeile mehr. Ein Hammer. Oh! Oh, der hat Sto in den Tor gesetzt. Die Sau. Ich kann hier nicht treffen, da drin. Los, was? Routen. Oh, moin. Oh, da sind ja noch mehr. Gar kein Bock drauf. Warum seid ihr so viele auf einmal? Oh, ich häng fest. Ich häng fest. Scheiße. Da geht's aber. Wo ist er? Oben steht er. Ob der Scheißstein mich trifft. Wir kommen. Wir da. Wo gehen wir da hin? Wo bleibe ich im Kampf? Okay. Sicher zu viel? Pfff. 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 Aua, wo denn? Aua! Ach nö, echt? Dick mir am Sack. Gar nicht schnell. Oh mein Gott, ich bin so ein Kaffee. Aua, ich hasse aus. Und die so viele Bogenschützeln. Nichts zum Heilen. Nein, gar nichts zum Heilen. Da. Das heilt nicht mehr. Sollte mir echt überlegen, auf Heiltrink zu gehen mittlerweile. Immer noch so eine Wackersteine. So ein Vogel. Ah, hier geht mir so oft die Ketten. Wo ist denn der Dude? Der hat nicht mehr viel Life gehabt. Wo ist der hin? Der hat besser gerettet. Okay, ich hab den Fall verloren. Aha! Ich seh sie! Auf sie! Auf sie! Auf sie! Oh, da kommen sie alle. Tschüssi! Ich bin schon wieder low. Hahaha! Halt euch auf, aber bleib dem Weg, weil wir jetzt zwei. Du musst gewusst haben, dass ich dich suchen würde. Wir haben sie schon mal gefunden. Was ist das Problem? Hier ist ein Garten. Ich hoffe, die sind in deinem Bereich. Seid ihr noch da? Nein, hier ist es. Willst du weiterreden? Wir sollten einfach mal, langsam mal. Wenn wir sie nicht finden, haltet ihr den Kopf dafür hin. Geht mir etwas. Ich habe schon mal wen ausgespürt. Hier gibt es nichts zu sehen. Wir sind bereit, Rüttel. Oh, nee, du Arsch. Oh, nee, du Arsch. Ich bin bereit. Oh. mal weg und recht jetzt habe ich den Schädel mal getroffen alles klar gibt immer noch, oder? 1 AP hat der noch guter Schuss keine Chance kommt schon sechs Käppchen raus noch der eine nach nach oben verfolgt sie tschüss tschüss ihr wisst mich ja ist ein ganz schön dummer Dino ja nicht wir beide Dino noch ne der ist schon tot so jetzt zu uns so ein Lappen wie dir lasse ich mich nicht töten oh jung find ich genau so haben wir gecleared und dann würde ich sagen sehen wir uns in der nächsten Folge vielen Dank fürs Zuschauen und vielen Dank für eure Aufmerksamkeit dann mal ciao 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 ciao